Hey Leute, Asano hier und willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder Zeit für die Pokémon News der Woche und es gibt wieder ein paar Kleinigkeiten. Nicht ganz so viel, wie wir uns alle hoffen würden, aber ein paar Infos gibt es. Welche das genau sind, erfahrt ihr jetzt. Also viel Spaß! Bei der ersten News dreht es sich um einen Klassiker unter den Pokémon-Spielen und zwar um Pokémon Snap. Denn wer den Nintendo Switch Online Erweiterungspass hat, kann jetzt kostenlos Pokémon Snap spielen. Und solltet ihr das haben, probiert es mal aus. Mir hat es damals auf dem Nintendo 64 mega viel Spaß gemacht. Und sobald ich mir endlich mal den Erweiterungspass für die Mitgliedschaft, werde ich es auf jeden Fall auch spielen. Und vielleicht werde ich es auch mal in den einen oder anderen Stream einbauen. Wir warten ja alle voller Spannung auf neue Infos zu Pokémon Kamesin und Purpur. Und es gibt einen kleinen Informationshappen, aber leider betrifft er uns aktuell noch nicht so wirklich. Und zwar, wenn ihr über Pokémon Center Online die Spiele vorbestellt, bekommt ihr bei Release der Spiele einen Seriencode, mit dem ihr euch einen besonderen Rucksack im Spiel holen könnt. Leider gibt es Pokémon Center Online bei uns nicht. Dementsprechend betrifft uns das nicht. Ob der Seriencode oder vielmehr dieses Item auch irgendwie anders verteilt wird und auch auf anderen Wegen zu uns kommt, steht aktuell noch nicht fest. Auch wie dieser Rucksack aussieht, steht aktuell noch nicht fest. Sobald es da neue Infos gibt, sage ich euch natürlich Bescheid. Die letzte Folge des Spezial-Animes Schnee in Hisui ist jetzt auf YouTube verfügbar. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich die Teile anzuschauen. Sie sind wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und sie drehen sich halt ein bisschen um die Hisui-Region. Und mehr will ich nicht verraten. Aber lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Passend zum Release der letzten Folge gibt es auch ein besonderes Item, was ihr in Pokémon Legenden Arceus bekommen könnt. Und zwar gab es ja im Vorfeld die Verteilung der Fluchfuchsmaske. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, die Shiny-Variante dieser Fluchfuchsmaske zu kriegen. Und die Verteilung läuft bis zum 31. Mai 2023, also nach fast einem Jahr. Ihr habt also genug Zeit, euch das Item dann abzuholen. Das könnt ihr einfach machen, indem ihr in euer Geheimgeschenkmenü geht und dort dann per Internetempfang auswählt. Ihr braucht keinen Seriencode, gar nichts. Und könnt entsprechend das Item dann bekommen. Eine Kleinigkeit, auf die ich euch noch aufmerksam machen will, weil die irgendwie untergeht bei den meisten, ist die neue oder vielmehr bei uns neue kleine Mini-Zeichentrick-Serie PokéToon. Und die lief vor knapp einem Jahr ungefähr, lief die auf dem japanischen Pokémon-Kanal. Das sind kleine Pokémon-Geschichten in verschiedenen Animationsstilen. Und da sind jetzt schon die ersten Folgen in der Pokémon-TV-App, in der mobilen Version, auf der Switch verfügbar. Und schaut mal rein, die sind wirklich sehr, sehr schön gemacht, sind so ein bisschen an den Disney-Stil angelegt und dann andere Animationsstile. Und schaut einfach mal rein. An diesem Wochenende findet ja die nordamerikanische Pokémon-Meisterschaft statt. Und aus diesem Anlass gibt es wieder eine Event-Verteilung, eines Event-Pokémon in Pokémon Schwert und Schild. Und zwar könnt ihr ein Gastrodon bekommen. Und zwar ist das das Gastrodon von Eric Rios. Der hat die europäische Meisterschaft gewonnen und hatte dieses Gastrodon in seinem Team. Und das Gastrodon ist nicht shiny, ist aber schon komplett fertig trainiert für den Kampf. Und ihr könnt es direkt einsetzen, wenn ihr wollt. Den Code seht ihr oben eingeblendet. Und das Event läuft nur bis zum 27. Juni. Also solltet ihr euch beeilen, wenn ihr das entsprechende Gastrodon haben wollt. Ich hoffe, euch haben die Pokémon-News der Woche gefallen. Wenn ihr über die Welt der Pokémon auf dem Laufenden bleiben wollt, lasst einfach ein Abo und ein Like da. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Erfolg bei der Jagd. und bis zum nächsten Mal.